Hi Freunde, heute sind wir angekommen bei der längsten Karrierefolge aller Zeiten, wo wir am Ende der Hinrunde landen und was für Überraschungen uns erwarten, seht ihr hier. Ihr sehr geschätzter und geehrter, Rüdiger Rammel ist zurück im Business. Es sind die neuen Eurofighter und die neuen Eurofighter sind für sie zurück. Einmal an der Stelle, da ist Rüdiger Rammel E-Maut hier rein. Einmal ein schönes Rüdiger Rammel E-Maut hier rein. Ich gebe euch ein kurzes Update. Ich hole euch ganz kurz rein, wie sieht es aus, was ist passiert. Rüdiger Rammel hatte eine Schönheitsoperation, wie ihr sehen könnt. Der Mann ist halt durch die Jahre in Mallorca, hat so ein bisschen aufgedunsenes Gesicht gekriegt. Hat sich ein bisschen zu alt gefühlt. Hat eine Verjüngungskur gemacht. Das Ergebnis, das seht ihr hier. Meiner Meinung nach ein L, was das Aussehens-Upgrade angeht, ist eher ein Downgrade. Für mich ein klares L. Aber Rüdiger Rammel jetzt auf jeden Fall straight up wieder U17. Tabellenplatz 8, 2 gewonnen, 3 unentschieden, 1 in Dierberg. Ist jo, ist jo. Wir spielen jetzt als nächstes gegen Dortmund. Wir haben die ersten 6 Spiele alle gewonnen. Das heißt, es wird wieder ein Derby. Das heißt, es wird wahrscheinlich sehr, sehr bodenlos. Dafür, im Pokal sieht es so aus. Also, da haben wir noch nicht gespielt, spielen wir in Augsburg. Und in der UEFA Conference League, die neuen Eurofighter. 2 Spiele, 2 Siege. Bejiktas wurde weggeklatscht, Junge. Mit einem ganz klassischen 5 zu 3. Und Randers FC wurde 5 zu 2 weggeklatscht. Fünf Tore in einem Spiel können wir. Defensive ist und bleibt ein Problem. Bei Bejiktas sieht es gar nicht gut aus. Hat sich jeder gemerkt, was Richter für eine Verletzung hat? War das der C? Okay, Ellenbogenfraktur. Zwei Monate verletzt. Na, super. Aber Vidovic macht es aktuell sehr gut. Vidovic aktuell strong. Geht auch in einer Woche auf 76 hoch. Wir wollen eigentlich erst auf 5-Star-Skills trainieren, aber wenn es schneller geht. Okay, Ketopp ist aktuell am Rasieren. Der Mann braucht 15 Wochen zu 78. Philipp Tietz auch stark. Fährmann frisst nur noch Kuchen. Das Ding ist durch. Ist halt 39, ne? Oh Mann, starten wir jetzt halt wirklich direkt mit dem Derby rein? Oh Mann, ich muss direkt mit der Presse reden. Ich will nicht mit der Presse reden. Was wollen die von mir? Ja, ich stelle deine Fragen. Wie gehen sie das Spiel ohne Richter an? Digga, ich hätte gerne so eine Antwortmöglichkeit für die Fragen, dass ich sagen kann, ist mir egal, er ist kacke. Übersetzt sage ich einfach, wir haben einen super Kader. Richter ist scheißegal. Arsch. Glückwunsch, im letzten Spiel konnten sie für die Entscheidung sorgen. Glauben sie, dass sich ihr Gegner Borussia Dortmund nun Sorgen macht? Wir müssen uns... Die Moral... Dortmund ist mir egal, ja. Das ist ein Satz, den würde Rüdiger Rammler auch in Real Life sagen. Genau. Aktuell sind sie richtig gut drauf. Gehen sie davon aus, dass es auch in den nächsten Spielen so weitergehen kann? Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher. Wir haben Moda und Dortmund hat Moda Hut. Mods macht eine Wette, ich zockt selber auf Ultimativ. Ultimativ. Franziska Hummelberg pfeift das Ding. Danke, Franziska. Dafür sieht unser Stadion nicht aus wie eine Kläranlage. Digga, euer Stadion sieht von innen aus wie ein verfucktes Parkhaus, Digga. Muss man ja erzählen. Wir haben das schönste Stadion der Welt, Junge. Boah! Lass mich rein! Franziska pfeift das Ding an. Wahrscheinlich mittlerweile das 185. Revierderby oder so. Keine Ahnung. Manuel Neuer kriegt eine Choreo. Oha! Manu kriegt eine Choreo. Manu und die Ultras wieder vereint. Und was bringen die Dortmunder mit auf den Rasen? Rüdiger Rambe, der Erfolgstrainer. Guckt ihn euch an. Da steht er wie ein Boss, wie ein Macher. Der Erfolgstrainer. Die Knappen innerhalb von drei Jahren zu den 9-Euro-Fightern gemacht. Henning Matricciani führt die 9-Euro-Fighter an. 3-4-2-1. Koetakura, Baumgartel und Matricciani bilden die Innenverteidigung. Und ganz vorne drin natürlich Jungstürmer Keketopp. Letzte Saison 20 Scorer. Positive Nachrichten. Die Choreo wurde dieses Mal sogar von der Polizei genehmigt. Ist ja auch nicht immer der Fall. Die Dortmunder kommen im 4-1-4-1. Kermil Heuberg, der ehrenhafte Ex-Schalker, auf der 6er-Position. Gonçalo, Ramos vorne im Sturm. Digga, einfach nur noch drei Dortmunder von der ersten. Digga, oh, da bin ich. Warte mal. Die haben nur noch drei Spieler aus der ersten Saison in der Startelf. Ramos 87. Die haben Brandt, Mahlen und Kobel noch aus der Startelf. Echt eine gute Truppe. Kannst du sagen, was du willst. Jo, was die für Ratings auf der Bank haben. Tschüss. Und Brandt haben die zurückgeholt. Der war bei United. Digga, Chad, das ist aber einfach schön, oder? Seid ehrlich. Scheiße, Dortmund auf Ultimativ mit der Truppe. Doch. Schalke stößt an. Halbzeit 1 von links nach rechts. Mit dem Mann der Stunde. Thomas Orian. In der Conference League super unterwegs. In der Liga super unterwegs. Aktuell im Schnitt ein Scorer pro Spiel. Thomas Orian. Thomas Orian. Ida Kura. Die Fans sind da. In der Felddienst-Arena ist Derby-Stimmung. Brian Lasme gegen Baku. Orian. Mit all seinem Selbstbewusstsein. Lasme. Moda. Kick in top. Ach du Scheiße. Dortmund in den ersten 20 Minuten ein bisschen passiver. Jetzt Heubiak, der Ex-Schalker. Schallenberg dazwischen. 30 Minuten gespielt. Es ist ein Derby, aber nicht auf einem hohen fußballerischen Niveau. Die Dortmunder kommen hier mit 6 Siegen aus den ersten 6 Spielen. Die Schalker grüßen von Tabellenplatz 9. Und jetzt schon Vidovic im Abseits. Es ist ein richtiger Fight. Es ist ein richtiger Fight. Beide Teams keine guten Passquoten. Schalke wirkt aber ein bisschen aktiver. Und ein bisschen resoluter in den Zweikämpfen. Vielleicht jetzt mal Schalke. Schalke kämpft. Brunner. Nächste Flankmöglichkeit. Kick in top. Kobel ist da. Halbzeit. Also, ja. Nicht viel passiert. Zweite Halbzeit läuft Dortmund jetzt von links nach rechts. Ramos lässt sich häufig bis tief auf die Flügel fallen, um sich hier mal selber Bälle zu holen. Zielinski. Ramos. Barnes gegen Baumgartel. Stark gemacht. Dortmund führt. Und das ist diese eine Situation, wo die Schalke-Abwehr pennt. Und wo es Dortmund mit der individuellen Klasse einfach stark macht. H.B. Barnes. Eine Drehung. Baumgartel nicht aufmerksam genug. Und Neuer kann nichts machen. Aus elf Metern in die lange Ecke. Dortmund führt. Und der Auswärtsblock brennt. 40 Minuten Zeit für Rüdiger Rammels. Schalke. Nachdem man sich vermehrt erstmal auf die Defensive konzentriert hat, muss jetzt die Offensive her. Lassme. Kick in top. Und fast die Antwort. Jetzt war eine Umschaltmöglichkeit für die Schalke. Aber Eze holt sich den Ball zurück. Und das ist ein super Ball auf Ramos. Der war nicht immer abseits. Manuel Neuer mit einer Glanztart. Und Neuer. Zu spät. Dortmund für 2-0. Und das müsste es Silva gewesen sein. Der junge Portugiese Neuer irrt im Strafraum. Rodenbrunner kriegt die Pille nicht von der Linie. Rüdiger Rammel zu rechtsauer. Und Rüdiger Rammel reagiert. Dreierwechsel. Philipp Tietz. Der in der Conference League getroffen hat. Bildet jetzt eine Doppelspitze mit Kick in top. Und auch Wagnumann soll die rechte Seite jetzt ein bisschen mehr mit Leben füllen. Uedra Ogo. Das junge Talent. Uedra Ogo ist direkt ein guter Ball. Auf Philipp Tietz. Tietz. Anschluss. Schalke wieder da. Erster Ballkontakt. Philipp Tietz. Die Neuen machen es direkt besser. Uedra Ogo auf Philipp Tietz. Super Ball. Philipp Tietz gegen die Laufrichtung von Kobel. Anschluss. Und er holt sich den Ball. Schalke direkt wieder da. Boah. Bans gegen Wagnumann. Matriciani passt auf. Abschluss. Boah. Super von Uedra Ogo. Immer noch der junge Deutsche. Uedra Ogo. Macht's allein. Uedra Ogo. Kopf hoch. Widovic. Ausgleich. Was ein Spiel von Assam Uedra Ogo. Unfassbar. Und Kobel zu rechts. Die Dortmunder Führung hält nach dem 2 zu 0 keine 10 Minuten, weil Rüdiger Rammel Assam Uedra Ogo bringt. Und Widovic bestätigt die gute Form. 62. 62. 62. Die Schalker mit dem Doppelschlag. Und jetzt ist das Stadion da. Ohean. Freistoß Dortmund. Kicke top. Uedra Ogo. Top. Kontermöglichkeit. Ohean. Jetzt kann er das dritte machen. Ohean. 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 Thomas Ohean. Die Schalker drehen das Spiel in 13 Minuten. Thomas Ohean. Und das war die dritte Vorlage, glaube ich. Wenn ich es richtig gesehen habe. Von Uedra Ogo hat den Angriff auf jeden Fall eingeleitet. Und was Ohean abreißt diese Saison. Unfassbar. Unfassbar. Ramos. Matriciani dazwischen. Nochmal Ramos. Zielinski. Not am Mann in der Schalker Defensive. Dortmund dreht jetzt auf. Und wie. Oh. Und es ist überragend gespielt. 86. Goncalo Ramos mit dem 3-3. Die Dortmunder melden sich zurück in diesem Derby. Und es ist super gespielt. Es ist super gespielt. Rüdiger Rammel bringt seine letzten beiden Patronen. Vidovic starkes Spiel gemacht. Tor erzielt. Schallenberg viele Zweikämpfe gewonnen. Max Meier und Immanuel Ferai kommen. Ferai aus der Dortmunder Jugend. Letzte Saison gegen die Dortmunder mit einem Torerfolg. Itze Itakura. Oh Jan kriegt ihn nicht raus. 3-3. Ein Ergebnis mit dem beide nicht so wirklich viel anfangen können. Oh Matriciani habt ihr es gesehen? Er macht Stress. Habt ihr es gesehen? Matriciani Stress gemacht. Ah, weiß nicht. Weiß nicht. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Also einerseits nach 0-2 gut gedreht. Ah, aber ganz spätes Gegentor gekriegt. Das ist halt bitter, ne? Ach, ach. Ach, ich weiß nicht. Bayern wieder nur unentschieden. Wolfsburg gewinnt 3-0 in Freiburg. Da ist Dortmunder auf jeden Fall noch Tabellenführer. Wir haben schon viermal unentschieden gespielt. In Hamburg. Ah, und dann in Warschau. Und dann zweimal hintereinander Augsburg. Schalke-Ultras mit Rammel-Raus-Plakaten. Auf gar keinen Fall, Digga. Habt ihr aus der 2. Liga bis in die Conference League geführt? Die lieben mich. Also und jetzt? Also ich sag ehrlich, nach den letzten beiden Spielen. Drei Sachen. Erstmal Uedra Ogo-Stamm. Zweitens Widovic-Stamm für Ferai. Ganz klar. Und drittens Philipp Tietz. Also Peke Top. Der ist unser Spieler Nummer 1. Aber äh, unser Stürmer Nummer 1. Aber Tietz ist gerade besser in Form. Der ist halt gerade wirklich, wirklich besser dabei. Come on. Wir brauchen mal wieder einen Sieg, ey. Ich hab viermal unentschieden gespielt. Oh. Alles immer über Ojan. Das ist so krass. Oh. Super Anfangsphase. Oh. Was vergeben die für Chancen? Jetzt aber. Oh, Jan und Jalla. So verdient. Jo, wir haben in den ersten 20 Minuten vier Torschüsse gehabt. Neuer. Das Ding hast du richtig gesehen. Ist direkt in den Knick gegangen. Ich hab die Tore vergessen. Sorry. Hab's so vergessen. Hier, einmal für euch. Einmal für euch. Ist halt nur bitter, wenn man die fünfmal hört in real life. In einem Spiel. Muss nicht. Oh, wie du willst. Lass mich. Oh. Mach wieder. Oh, Jan Jalla. Oh. Schon wieder fast funktioniert. Oh, Jan. Dinger. Oh, Jan ist einfach der Beste. Ferai. Super Ball. Ja. Keke. Ja. Let's go. Keke top, man. Schönes Ding. Einfach jetzt locker runterspielen. Locker runterspielen. Genauso. Pfeif ab. Wichtig. Wichtig. Und richtig. Oh, Jan hat 83. Junge, das ist so krass. Das ist so krass, wie gut er ist. 87 Flanken. Ah, Tietz hat 1-0 gemacht. Lol. Okay. Ja, stimmt. War ja Oh, Jan und Jalla im Moment. Matricianien. Acht Wochen 79, Digga. Der hat 90 Sprint-Tempo. Es ist so geil. Es ist so geil. Zweiter gegen Erster. Auswärts bei Warschau. Die haben sechs Punkte. Wir haben auch sechs Punkte. Ähm. Da können wir jetzt mal wieder Leute zocken lassen, die nicht so viel spielen. Nürnberger und Moda. Lassme Ferai passt. Wagnum. Ne. Ich lasse wieder den Larius spielen. Für Brunner. Ich finde, der macht es echt gut. Den haben wir ja eher auf Hau zocken lassen. Da war der echt strong. Oh, Müller ist Pokal-Torwart, aber nur im DFB-Pokal. Nicht in der Conference League. Larius wird ja gleich cappt. Naja, das ist nur Anzeige-Bug. Das ist irgendwie immer so. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Digga, stehen wir tief hinten drin. Oh, wenn wir hier gewinnen, wäre das die halbe Miete für die Gruppe. Oh, stark. Stark, Heike. Digga, das war so strong. Und Vorlage von Juan Larius. Junge, der ist underrated, der kleine Mann da. Der Spanier. Ja, sehr schön. Sehr schön. Sieht doch alles gut aus. Komm, lass mal. Komm, lass mal. Geil. 2-0 Vidovic. Äh, Ferai. Nice. Lassma, auch Ferai, beide rausgegangen danach. Grüße gehen raus. Scorer gemacht, danach direkt ausgewechselt werden. Aber das sieht sehr gut aus in der Conference League. Bitte zu 0. Wow. Wir sind das schon wieder für ein Endo. Das ist aber nicht der Stuttgarter Endo, das ist ein anderer. Keiter Endo von Union. Bing, bong. Yep. Und Keke. 1-3. Und das war's. Clap in den Chat. 9 Punkte aus 3 Spielen in der Conference League. Warschau hatte vor dem Spiel 2 Spiele, 2 Siege. Sieht richtig gut aus. Das sieht richtig, richtig gut aus. Zeit mal her. Bundesliga sind wir jetzt 6er nach dem Sieg gegen Hamburg. Ist halt krank, ne? Wir haben halt unentschieden gegen Dortmund gespielt, sonst haben die nur gewonnen. Ist voll in Ordnung. Der hat voll im internationalen Geschäft da mit drin, aber es ist halt super eng alles. Bochum scheißt halt krass rein. Die haben 3 Punkte. Freiburg, Darmstadt, Hamburg. Sieht auch nicht gut aus. Wir haben im Derby 3-3 gespielt. Bayern wieder nur unentschieden in Hoffenheim. So, Tietz. Was ist los? Tietz möchte spielen. Ja, schwer, Digga. In Augsburg wird's Keke machen. Äh, zu Hause gegen Augsburg. Wir spielen jetzt erst zu Hause gegen Augsburg. In der Liga und dann im Pokal auswärts bei denen. Und die haben immer noch Riccardo Pepi. Es ist jetzt die Augsburg-Woche. So, dann wird Coppola mal wieder zocken. Stimmt Skarke mal wieder mit. Kann sein, dass ich Larius im Pokal zocken lasse. Aber es gibt hier aktuell eigentlich echt nicht viel zu ändern. Also, Vidovic, Lasme. Das ist relativ eingespielt. Uedra Ogo hat gerade ganz krass die Nase vor, Mode. Joa, Tietz mal einwechseln. Aber es sieht echt gut aus aktuell alles. Also, aktuell haben wir wirklich eine relativ eingespielte Startelf. Die hat auch wirklich gut funktioniert. Müsste auch eigentlich ein Pflichtsieg hier zu Hause sein in der Liga. Eigentlich. Oh, Matricciani, Junge. Uff. Oh, schön. Schön. Oh, guck, geht doch rein. Nein, das ist der C. Nein. Ach, warum? Warum? Ah. Und der ewige Ohr. Digga, was spielt dieser Motherfucker für eine Saison? Digga, das ist so ein heftiger Motherfucker, Thomas Orian. Es ist gestört, wie gut er ist. Es ist gestört. Gestört. Was macht der? Jedes Spiel ein Tor, eine Vorlage. Orian, größter Macher. Alles gut. Nicht alles gut. Nicht alles gut. Wer war das? Och, Coppola. Jetzt aber. Ja. Kike top. Let's fucking go. Let's fucking go. Dankeschön, Kike. Let's fucking go, Junge. Wichtig. Und. Richtig. Ich gebe Tietz gleich noch einen kurzen Satz. Oh, ist gar kein schön. Oh, oh. Oh, Jan. Sehr gut. Nee, nee, nee. Oh. Okay. Ja. Ja. Ah, Ferai. Vavos. Jürgen, was ist das schon wieder für ein Spiel? Warum feilen denn in jedem Spiel, an dem wir beteiligt sind, konstant fünf Tore? Seit drei Saisons. Seit drei Saisons, Junge. Es gibt auch nicht mal 1-0 oder so. Nö, immer 4-3, 3-2, 5-2, weiß ich nicht. Keke. Nein, nein. Boah, wurden die gescammt. Holy shit, wurden die gescammt. Es wurde einfach abgefiffen. Holy shit, wurden die gescammt. Okay, die wurden krass weggescammt. Aber ist egal. Ist egal. War ein Witz. War ein Witz. Schiedsrichter ist ein Herner. Platz sechs wird zementiert. Dortmund marschiert so krass durch. Bayern gegen Mainz gewonnen. Boah, Dortmund in Leverkusen stark. Oh, scheiße, jetzt Pokal. Oh, fuck. Fuck, okay. Tietz wird zocken. Ah, Pokal wird ein Brett. Larios wird zocken für Brunner. Müller ist Pokal-Torwart. Schallenberg Vorsichtsmaßnahme. Moda rein. Und Vidovic-Ferai vorne. Ey, van Wagner, Mann, Digga. Dieser Larios zockt halt echt gut, ne? Was machen wir auswärts im Pokal, ist die Frage. Für nach fünf Minuten. Ferai auf Philipp Tietz. Let's go. Oh, das ist doch mal was Schönes. Tietz ist echt ein geiler Transfer so unterm Radar, ne? Eigentlich der perfekte Backup-Stürmer. Weil den kannst du auch ohne Kopfschmerzen von Anfang an zocken lassen. Der heult jetzt aber auch nicht rum, dass er tendenziell eher Stürmer Nummer zwei ist. Bringt immer seine Leistung. Der ist echt strong. Oh, Mo. Oh. Abseits. Boah, war geil gespielt. Och, Mann, Digga. Jetzt muss die scheiß Torne von denen anmachen. Mann. Man kann nicht zu Null spielen mit der Truppe. Weißt du, egal, ob da ein Scholloi steht, ein Itakura, ein Baumgartel, ein Matriciani, wen wir schon alles hatten. Es funktioniert nicht. Du kannst nicht zu Null spielen mit dem Team. Und die Leute sagen dann, Es ist unrealistisch. Jedes Spiel, was du selber spielst, fallen sechs Tore. Ja, Bro, simuliert ja auch, weil dieser Abwehr ein Haufen scheiße ist. Und Digga, weißt du, was der größte Trümmerbruch ist? Ich mache hier nebenbei immer diese scheiß Torne an. Und das erste, was ich sehe, ist Gregoritsch und Manuel Baum. Was soll ich dir erzählen? Was soll ich dir erzählen? Nein. Oh, Müller. Ah! Digga, was sehe ich hier für Sachen? Was sehe ich hier für Sachen? Er pfeift ihn wieder weg, der Angriff. Boah, Bro, ist das ein komisches Spiel. Ja. Ja. Keke top auf Uedra Ogo. Uedra Ogo bestätigt seine gute Form. Also sorry, Chat, aber plus eins. Ich sage es jetzt. Jakob Moda 20 Millionen Einkauf. Herzlichen Glückwunsch. Uedra Ogo ist Stammspieler. Jakob Moda soll heulen, Alter. Aber Uedra Ogo spielt so viel besser gerade. Mach es zu, Lassme. Let's go. Brian Lassme mit dem 3-1. Boah, was ein Krampf dieses Spiel. Aber wir stehen sehr wahrscheinlich im Viertelfinale. Oder Achtelfinale müsste es sein. Gutes Näschen von Rüdiger Rammel. Brian Lassme für den entscheidenden Konter gebracht. Da macht es einmal ganz kurz. Miep, miep. Souveränes Ding. Sehr, sehr souveränes Ding. Oh, Leipzig jetzt. Nein. Nein, nein. Was lese ich hier? Ich glaube, der Bolt in Spanien. RDT ohne Eingewöhnungsprobleme. Seit seinem Abgang bei Schalke 04 vor einiger Zeit hat Raul de Thomas großartige Leistung gezeigt. Rammel fragt sich nun sicher, ob man R de Thomas wirklich zu Sevilla hätte gehen lassen dürfen. Das ist auch ein bisschen respektlos. Also, will mir die Presse gerade erzählen, ich bin daran schuld, dass der Typ außerhalb von einem Spiel gegen Borussia Dortmund kein einziges Tor erzielt hat. Willst du mir erzählen? Willst du mir erzählen, dass der gut ist? Lüge. 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 Ich glaube, Sevilla spielt nicht international. Also, Champions League zockt Real, Atletico, Barca. Nein, die spielen wirklich... Stimmt, der ist ja in einer Gruppe mit Dortmund. Nein, ich habe es gar nicht vergessen. Er spielt ja sogar Champions League. Ja, was denn? Null Tore, der scheiß unfähige B***er, Digga. Hat nicht mal ein Champions League Spiel gemacht. Scheiß Lügenpresse. Was wollt ihr mir erzählen? Der Wichs ist nur auf der Bank. Warum? Weil er kacke ist. Und ver***t nochmal. Folarin Balugun. Nummer 1 Stürmer ist. Die Fresse halten hier, Alter. Also, ich muss sagen, ich habe in dieser Karriere ein großes Problem. Soll ich euch sagen, was? Wir standen zweimal im Pokalfinale. Und einmal haben wir Leipzig. Und einmal haben wir Wolfsburg das Ding in die Hand gedrückt. Jetzt muss ich ran. Gegen die Leipziger. Was haben die Leipziger? Einmal Leipzig, immer Leipzig. Ja. Skamaka, Rimenes, stabiler Doppelsturm. Mittelfeld, Baumgartner, Berkuis, Horigo, Grifo. Kangenly, die RCD-Legende. Sanket, 86. Catherine, 2. Boah, okay. Das ist halt schon... Ja, Bro. Die haben aber einen kranken Kader. Rammel? Hallo? Ach, Jürgen. Ultras, Gelsen, Kirchen. Und wie ist die Lage? Ja, ganz entspannt. Ganz entspannt. Choreo. Choreo gegen Rasenball. Kein Problem. Kein Problem. Ich rede mit der Pozzi-Lai. Jürgen, ich rede mit der Pozzi-Lai. Ihr könnt eine riesige Choreo machen. Das ist gar kein Problem, Jürgen. Bengalos auch. Ja, Jürgen, guck mal. Das Ding ist, ich habe dir das ja ein paar Mal gesagt. Du und ich. Wir verstehen uns, ne? Ich bin ja auch auf eurer Seite. Ihr müsst halt nur ein bisschen... Guck mal, ey. Ihr müsst ein bisschen menschlich bleiben, okay? Ich habe halt auch als Trainer auch so ein bisschen meinen Ruf zu verlieren, weißt du? Ja, ja, genau, genau, genau. Ja, ihr müsst jetzt... Ich weiß, Arena-Ring ist ein schwieriges Ding bei euch, aber vielleicht jetzt nicht... Ihr müsst jetzt nicht ausziehen oder so. Ihr könnt... Ihr könnt halt so, sag ich mal, gebührend empfangen, aber jetzt nicht vielleicht den Mannschaftsbus demolieren. Okay. Jürgen, das ist gar kein Problem. Gar kein Problem. Ich finanziere das Ding. Ich gebe da auch noch ein bisschen was dazu. Und dann machen wir das. Okay, Jürgen, ich wünsche dir... Ich wünsche dir ganz... Ne? Ich habe mir jetzt hier für Leipzig tatsächlich was überlegt. Da gehen wir ein bisschen defensiver rein. Ähm... Deshalb werde ich auch tatsächlich auf Vedra Ogo erstmal verzichten. Das Ding wird hier ein bisschen defensiver. Mit Nürnberger und Schallenberg. Ein bisschen defensiver ausgerichtet. Die sind spielstärker als wir, aber wir werden eklig spielen. Und die Ultras haben sich angemeldet. Super Support in der Veltins Arena. Kicker! Ja! Weil ich den Ultras, die Choreo finanziert habe. Weil Rammel und die Fans und die Mannschaft... Kicker-Top! Macher! Wer hat die Vorlage gemacht? Ich bin ja ein taktisches Mastermind. Mehr! Mehr! Gib mir mehr! Hohohoho! Henning Matriciani, du geile... Du geiles Stück DNA! Du geiles Stück DNA! Digga, ist das ein gutes Spiel von uns. Wir haben die ja komplett in der Tash. Barcelona! Barcelona! Wer ist Xavi? Wer ist Iniesta? Wer ist Busquets? Messi? Kenne ich nicht. Wer ist das? Ich kenne Fabian Nürnberger, Ron Schallenberg, Thomas Ojan, Brian MeetMe, Lasme. Und Max Meier, die alte Weltklasse. Digga, sind wir eine geile Truppe. Sind wir... Alter, was geht ab? Digga, die Veltins Arena so am Kochen. Hört sich das mal an. Lalalala... Lalalalalalalala... Schalalala... Schalalala... Alles gut. Scheiße. 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 Die haben auch 100 Millionen für den B*** bezahlt. Oh! Hedding! Shoot! Hedding! Da! Selbstbewusstsein. Das Herz in die Hand nehmen und schießen. Brich ihm beide Beine! Ja! Wagnoman! Er kann nicht. Er kann es nicht. Er kann es nicht. Kann er nicht. Kann er nicht. Super Support von den Fans. 2-1 die Dosen weggemiebt, Alter. Da hat es einmal kurz Miep, Miep gemacht. Kommt, Brian, Lasme. Ey. Aber ich sag euch ehrlich. Kleines Comeback von Nürnberger. Nürnberger hat gut gespielt. Boah, Dortmund mit dem 5-0. Gegen Bochum. Wir haben den amtierenden Meister besiegt. Ja, läuft doch. Läuft doch super. Bochum geht halt krass rutschen. Gegen wen hat Bochum seine Punkte geholt? Wir haben noch nicht gegen Bochum gespielt, oder? Die haben jetzt nicht gegen uns gewonnen, oder? Gegen wen hat Bochum gewonnen? Gegen Wolfsburg. Coppola! Arr! Du kannst es schaffen. Du musst nur weiter an der Rad arbeiten. Pizza! Was sagt die Presse? Die Presse zufrieden? Erstmals seit seinem Abgang auf Schalke spricht RDT mit der Presse. Pierce Morgan hatte die Chance, ihn zu interviewen. RDT macht seinem Ärger Unmut, dass ihn Trin-Rüdiger Rammel in der Dusche belästigt hätte. Er selbst nimmt den Moment heilieb beängstigend. Ja, Digga, was soll ich dir sagen? Er hat mir den RDT ganz genau in der Dusche angeguckt und hat einen kleinen spanischen Stupsi gefunden. Rammel soll wohl die Ultras angestrachelt haben, den Bus der Leipziger zu demolieren. Hier das Ergebnis. Mannschaftsbus Leipzig, nicht mehr fahrbereit. Mann, Jürgen! Jürgen, Rammel hier. Nee, du nennst mich nicht Rüdiger am Telefon. Du nennst mich Mr. Rammel. Ich sag dir jetzt mal was. Ich geh zu euch hin. Spende euch 20.000 Flocken für ne Choreo. Wir machen die Dosen weg. Ihr dürft hier Red Bull verrecke. Ihr dürft alles machen. Alles schön und gut. Alles, alles schön und gut. Aber ich hab euch gesagt, lasst den Bus stehen. Was macht ihr Vollidioten? Ihr geht zum Bus. Nee, gibt's keine Ausrede. Kommerzschwein, ist mir doch egal. Ich war auch bei 8 Vereinen schon in der ganzen Republik. Ich war bei Hamburg, ich war bei Bremen, Nürnberg, Schalke. Bin ich kein Kommerzschwein oder was? Jürgen, hör mir zu. Jürgen, jetzt halt mal kurz den Sabbel, ja? Es gibt hier zwei Möglichkeiten, okay? Möglichkeit Nummer 1 ist, du bist ruhig. Und du machst das so, wie ich dir das sag. Bengalos, dann, wenn ich das sag. Spielabbruch, dann, wenn ich das sag. Dietmar Hopplakate, du hast es dir schon gedacht? Richtig, dann, wenn ich das sag. Ach, und Option 2, Jürgen. Option 2. Überleg dir das. Ich sag es dir einmal im Guten. Wenn du weiter deinen Scheiß da machst, ja? Deinen Schabbernack. Auf meine Kosten da irgendwelche Busse anzündest, ja? Pass mal auf, dann geh ich nämlich mal zur Presse. Ich hab nämlich auch gute Kontakte. Ich kenn auch ein, zwei von den Ultras. Ich kenn ein, zwei von den Libbys. Und dann erzähl ich allen Leuten, dass du nicht nur irgendein Jürgen bist, sondern Jürgen Mohr, der Onkel vom Tobi. Wollen wir mal sehen, wie die Fans das finden? Aktive Fanszene? Wo? Glaub mir, wenn ich das droppe, dann war das ein allerletzter Tag bei den Ultras Gelsenkirchen. Also seht zu, dass du hier den Sammel hältst, okay? Also, wir spielen als nächstes gegen Legia Warschau. Äh, folgendes. Wenn wir das gewinnen, sind wir durch. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger durch, wenn wir das haben. Patrick, da ist drei Punkte. Äh, gut kick in the round. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. We have it in the hand. We have it self in the hand. Im letzten Spiel haben sie gegen Legia Warschau kaum Probleme gehabt und hatten am Ende drei Tore erzielt. Schaffen sie diesmal einen Neuteinsieg? Of course. Sure. 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 Gehen sie wieder in einer besonderen Strategie ins Spiel gegen Legia Warschau, denn die Mannschaft killte ja im Vergleich zu Schalke doch als Schwächer. Guck mal. This is what we talk the ganze Zeit about, yeah? This is, I like the international press. I tell you right now, yeah? The German press always against Rüdiger Rammel. They say here, they say da. They say I'm not the right one. And you see it 100% right, yeah? All stays by the old. We drums to the leaders. I have a question, Mr. Rammel. Bartu, please, please, please make question. Yes. It's your time now. Bartu, make question. Rammel is here for you. What do you ask? What's the thing? What do you think of Yilmaz, the next Turkish Messi? Mr. Bartu from the Collegas from Turkey. Yilmaz, perfect player. Wow. Yilmaz, the best. And he's like nice guy. Because sometimes he brings Döner. And we like. Yeah. Are better than Ada Turan. Better. I say better. Yes. Wer ist denn das hier? Piro holt sich den Player of the Month Award. Wer ist denn das? Keiner von uns nominiert. So. Also, wenn wir das gewinnen, sind wir durch. Gibt Moda die Chance. Also, ich fand Nürnberger gut, ja. Ich würde ihn auch zocken lassen. Ich mache Nürnberger Moda. Das hat doch an 2 Millionen Mann eine 1 Milliarde Ausschickslausel gegeben. Ja, in Spanien sind diese Ausschicksklauseln halt gesetzlich verpflichtend. Also, man muss jedem Spieler eine Ausschicksklausel geben. Und seitdem halt Paris mal so eine hohe Ausschicksklausel gezogen hat bei Neymar, schreiben die halt einfach immer irgendwelche Summen da rein. Ich glaube, die von Ter Stegen ist auch bei 500 Millionen oder so. Okay, let's go. Schallenberg und Moda die Chance. Warum muss da jeder eine Ausschickslausel haben? The fuck? Ich denke mal, das wird so ein Gesetz sein von wegen... Let's go. Scheiß drauf. Was interessieren mich die Gesetze? Schalke führt. Das ist mein Gesetz. Lidoviz, Junge. Let's go. Stark, stark, stark. Ja, aber ich denke mal, das Gesetz wird deshalb da sein. Das wird wahrscheinlich so ein Arbeitnehmerschutzgesetz sein. Von wegen, dass du halt niemandem so uneingeschränkt gehören darfst. Dass du halt immer den Arbeitgeber wechseln darfst. Also, ich sage euch ehrlich, Chat. Plus eins. Es wäre alleine nur Worth in die Euroleague zu kommen wegen Lidoviz. Weil wenn der so weitermacht, ziehe ich zu 1 Millionen Prozent die Kaufoption. Lidoviz so gut. 100 Prozent müssen wir die Kaufoption ziehen. Aber dafür muss er halt... Also, 20 Einsätze wird er packen. Aber wir müssen halt in die Euroleague kommen. Oh, Mimim. Mimim. Ah, ein bisschen viel. Schade. Oh, schön. Widovic. Widovic mit dem Doppelpack. Und der Mann darf direkt duschen gehen. Ey, Widovic. Was ein Transfer, Alter. Was ein Transfer. Gabriel Widovic. Crazy, Mann. Die Fans sind auch so am Enjoyen, ne? Ja, perfekt. Wir können halt nicht zu 0 spielen. Was soll ich euch erzählen? Nein, zu 0 geht nicht. Zu 0 funktioniert bei uns nicht. Frag mich nicht, warum. Klassischer Fall von zu weit aus dem Penzer gelehnt. Ich dachte, wir wären schon durch. Ich dachte, wir marschieren hier mit viel... Ja, perfekt. Und ich kann nicht mehr wechseln. Oh, Hydraogo verletzt. Und ich kann nicht mehr wechseln. Wenn er sich jetzt zum fünften Mal hier den C gebrochen hat, dann fange ich aber an zu weinen. Digga, vor fünf Minuten war noch alles gut. Jetzt ist alles scheiße. Oh, die kriegen noch eine Ecke. Ja, komm, mach noch das so. Das ist unnötig, Alter. Ja, mitnehmen. Glückwunsch zum Debüt. Hoffenheim möchte Nürnberger haben. Das ist halt sogar echt ein gutes Angebot, ne? Also, ich würde es mir mal anhören. Aber der war jetzt halt die letzten Spiele eigentlich wieder besser. Ich würde es mir mal anhören. Wenn die jetzt halt eine richtig gute Summe für den bieten. Ich fordere jetzt einfach mal frech 8 Millionen. Ja, die wollen den ja im Winter haben. Ich will keinen Spieler abgeben. Ich meine, ganz frech 8 Millionen. Ich will den ja nicht abgeben. Komm, mach 8,5. Und sag mir mal, was du zu bieten hast. Ja, okay. 6,1. Aber für 6 mache ich es nicht. Ab 7 hätte ich es mir vorstellen können. Bin ich raus. Bringt nichts. Den können wir nächsten Sommer verkaufen, weißt du? Den können wir nächsten Sommer verkaufen. Aber jetzt gerade mitten in der Saison. Das ist Quatsch. Gute Entwicklung hier bei den Live-Spielern. Ja, perfekt. Andreas Meyer gar nicht. Super. Wer hat eigentlich den meisten Wert? Muss ja eigentlich Ojan sein, oder? 32 Millionen. Oh, lol. Oh, Gott. Dafür war ich gar nicht bereit. Ich wollte seinen Entwicklungsplan abrufen. Jetzt sitze ich auf einmal mit ihm im Café. Gisela. Gisela, mach 200 Erdbeertörtchen. Erdbeertörtchen. Das ist die wichtigste Vertragsverlängerung des Jahres. Ach, du Scheiße. Äh, ja. Äh, Thomas. Also, ähm, das sieht jetzt vielleicht so aus, als wäre ich ja nicht bereit fürs Gespräch gewesen und meine, meine Hose ist nicht richtig an und ich stink ein bisschen, war nicht geduscht. Aber du und deine Freundin, Beraterin, was möchtet ihr trinken? Was möchtet ihr essen? Gisela, zwei Erdbeertörtchen. Ein Käffchen. Der Kollege Yilmaz hier, ne, aus der Jugend, den kennst du schon, Top-Talent. Äh, der kann ja auch einen Döner vorbeibringen oder so einen türkischen Tee, das geht auch. Kein Interesse dran. Flegrandes Spezial habe ich nicht. Egal. Also, Thomas. Wir brauchen da ja gar nicht irgendwie groß drüber rumreden. Schlüsselspieler. Schlüsselspieler, du bist mein Mann. Weißt du hoffentlich. Gisela, die, genau. Erdbeertörtchen. Okay, sehr gut. Verlängerung, ein Jahr. Ich weiß, du wirst wahrscheinlich ganz viele Angebote aus ganz Europa haben. Aber guck mal. Vorteil am Ruhrgebiet, direkt neben Holland, du kannst zu Hause wohnen bleiben. Gelsenkirchen ist eine schöne Stadt. Deine Beraterin, Thomas, ich rede jetzt, Thomas, ich rede mit dir. Guck mich an, guck mich deine Beraterin an, guck mich an, Thomas. Deine Beraterin soll jetzt hier nicht einen auf den machen. Von wegen, ah, ich bin kalt wie Eis oder sonst irgendwas. Und dann auf eine Uhr gucken, die nicht da ist. Okay? Ich tue es jetzt deiner Beraterin gleich. Uhr raus. So, da möchte ich zwei Jahre oben drauf. Ich muss den Fans auch was präsentieren. Du bist unser Mann. Würdest du vielleicht auch ohne Ausstiegs-Klausel verlängern? Also, ich meine, wenn wir vielleicht international spielen, dann will ich keinen Ausstiegs-Klausel. Thomas, ich sag's dir ehrlich. Nimm dich 34.000. Nimm 40. Kauf dir nur, Rutz. Und unterschreib das Ding. Neuer Topverdiener. Du verdienst mehr als Manuel Neuer. Hier we go. Thomas Ojan, 2029. 9-4-Jahres-Vertrag unterschrieben. Digga, das ist die wichtigste Vertragsverlängerung in diesem ganzen Kader. Hater würden jetzt sagen, Broski, bist du doof? Du gibst dem Mann eine Viertelmillion, wenn der fünf Spiele lang kein Gegentor kriegt. Aber, Hater wissen nicht, dass wir kein einziges verdrehtes Dreckspiel zu Null spielen können, weil unsere Abwehr ein unfähiger Haufen ... ist. Smart muss man sein, meine Freunde. Ein schlaues Püschchen muss man sein in dem Business. Irgendwelche Bonis machen, irgendwelche Fantasieklauseln, die gar nicht zu erreichen sind. Äh, wir spielen auswärts in Stuggi. Oh, die haben ja Seschko. Uh, fuck. Da spielen wir auf jeden Fall nicht zu Null. Seschko wird mir eindrücken. Der wird mir so heftig eindrücken. Der wird mir so heftig eindrücken. Ihhh. Ich bin gespannt. Ojan mit neuem Vertrag. Entweder wird er jetzt noch besser, oder der wird jetzt scheiße, weil er nur noch seine Eier chillt. Das wäre bitter. Kiko. Buh. Schau mal. Das Ding ist, was habe ich euch gesagt? Als Schalke-Fan, wenn du so ein Tor kriegst, gibt es immer einen Haken. Du machst so ein Tor selber, du weißt zu 100% das Spiel, spielst du niemals zu Null. Gibt einen Haken. Spielst du nicht zu Null. Gibt jetzt gleich direkt ein ekliges Gegentor. Freistoß. Ja, mach ihn direkt. Gibt immer einen Haken bei sowas. Du kriegst als Schalker so ein Tor nicht einfach irgendwie geschenkt. Oh, ja. Mit dem neuen Vertrag. Digga, dieser Simon von Stuttgart macht ja nur Scheiße. Der hat ja gar keinen Bock. Ja, die werden gefickt. Junge, die werden so auseinandergeschraubt. Vamos. Es gibt doch keinen Haken. Es gibt keinen Haken. Scheiße, ich sage, jetzt wo Ojan den neuen Vertrag hat, gewinnen wir jedes Spiel zu Null. Scheiße. Aber ist schon mal gut zu sehen. Trotz neuem Vertrag. Der chillt nicht, der ackert weiter, der Mann. Guckt euch den Ojan an. Stark. Der hat immer direkt zu Null gewonnen. Das kann sich keinem erzählen. Ich glaube, das ist unser erster zu Null Sieg dieses Jahr. Real Talk. Ich glaube, das ist unser erster zu Null Win. Ich glaube, das ganze Team weiß von der Klausel. Wir sind Tabellenfünfter. Starke Hinrunde bis jetzt. Wir sind mit 2-3-1 reingestartet. Jetzt haben wir 6-4-1. Wir sind relativ lange rumgeschlagen. Das ist halt gestört. Also, wenn Dortmund nicht Meister wird, ne? Ohne Spaß. Wenn Dortmund nicht Meister wird dieses Jahr, dann weiß ich auch nicht. Leipzig als amtierender Meister brutal schlecht. Bayern macht Bayern-Sachen. Aber Dortmund muss Meister werden, ohne Spaß. Wir spielen als nächstes gegen Leverkusen. Ja, Dortmund hat auch in Bayern gewonnen. Dortmund muss Meister werden. Digga, hier will ich mal die Scorer sehen. Digga, der hat einfach als Außenverteidiger 10 Scorer in 16 Spielen. Der ist so krass. Guckt euch mal seine durchschnittliche Bewertung an. Bei Ojan. Der hat einfach in der Conference League einen Notenschnitt von 8,07. Bundesliga 7,42. Tietz aber auch strong, ne? Der hat 3 in der Liga, 3 in der Conference League. Auch guten Notenschnitt. Okay. Ey, aber dafür, dass ihr Keke so gehatet habt zwischenzeitlich, auch krasse Notenschnitte. Oh, Union Berlin möchte Nürnberger haben. Ich höre es mir mal an. Also, ich muss sagen, der Kader ist halt auch super ausbalanciert. Wir haben so keinen Spieler zu viel, keinen zu wenig. Deshalb bleibe ich auch dabei. Also, Nürnberger will ja unbedingt wechseln. Da möchte ich aber halt viel Geld für haben. Ja, okay. Dann gebe ich den aber mit Liebe im Winter ab. Digga, 8 Millionen für Nürnberger. Also, I'm sorry, aber lebt dein Leben, Junge. Wir haben, ähm, lass mal ganz kurz gucken. Wir haben 64 Millionen für Transfers ausgegeben und 89 eingenommen. Also, wir haben 25 plus gemacht. Und dann Nürnberger kommen nochmal 8 zu. Vidovic würden aber am Ende der Saison nochmal 10 abziehen, ne? Nürnberger, die das durch. 8 Millionen für den Winter. Das nehmen wir aber mit. Das nehmen wir aber mit. Die 8 Millionen. Oh, guck mal hier. Scholloi tut sich schwer bei Spezia. Bei Schalke freut man sich sicher, ihn abgegeben zu haben. Denn, der Typ ist sein Geld nicht wert. Du, die haben immer 40 Millionen dafür hingeblättert. Kann ich dir auch nicht helfen dann am Ende des Tages. Sag ich dir ehrlich. Wenn du 40 Millionen für so einen 28-jährigen Innenverteidiger zahlst. Tut mir leid, dann kann ich dir nicht helfen. Galanpolos von Real Oviedo in Grieche. Mach scouten. Vertrag läuft aus. Fabian Kunze von Hannover. Franjic von Wolfsburg. Ich würde halt ungern schon wieder einen deutschen Spieler aus der Bundesliga holen. Ich würde echt gerne mal so was Exotischeres kaufen. By the way, Chetna, ganz viel lieber an euch, dass die Karriere-Streams so gut ankommen, Alter. Der Support ist echt völlig verrückt. Das ist echt krass, wie ihr das Ding supportet. Wirklich ganz viel lieber an euch. Wir haben... Oh, Belchiktas auswärts. Das werde ich selber zocken. Belchiktas auswärts, Leverkusen zu Hause, Bochum auswärts. Wir haben Bayern im Pokal bekommen. Oh, mein Leben, Digga. Ey, wir haben einfach schon wieder eine Bayern-Woche. Erst im Pokal, dann in der Liga. Ja, toll. Aber war das gegen Ende letzter Saison, wo wir die besiegt haben? Wir haben die letzte Saison besiegt. Kannst gleich eine Wette zum Belchiktas-Spiel machen, aber lass uns erstmal das Leverkusen-Dinge abarbeiten. So, lass mir. Ist auf 77. Äh, es führt aber kein Weg an Vidovic vorbei. I'm sorry, Bro. Aber Vidovic is the man. Digga, Leverkusen. Es ist... Digga, ich hab noch nie so eine offensive Mannschaft gesehen. Digga, ist das ja respektlos. Die spielen Diaby, Chiesa, Wingbacks und Pellegrini und Wirz als Sechser. Digga, ist das krass. Wie offensiv kann eine Mannschaft sein? Und Fribon rechts außen, ganz vorne. Also, wenn wir das jetzt gewinnen, wäre krass. Wir haben die einmal in der Simulation 3-0 oder so gezogen. Boah, überragend. Überragend. Keke top auf Brian Lassme. Überragender Fußball. Let's go. Wunderschön, Alter. Brian Lassme, fünftes Saisontor. Und Keke mit seiner fünften Vorlage schon. La, 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 la. Ey, immerhin muss ich Klausel von Oya nicht bezahlen, also alles gut. Scheiße, Bro, jetzt. Fuck. Egal, wenigstens muss ich Oya als Klausel nicht bezahlen. Wenn ihr den jetzt macht, dann ist es perfekt. Das war geplant. Geplant. Führen, aber nicht bezahlen. Mit Köpfchen, meine Freunde. Keke-top. Ke-ke-top, meine Freunde. Und ich glaube, Vorlage war Lassme. Boah, sind die am Ballen, die beiden. Scheiße, kennt einer noch RDT? Nie wieder was von dem spanischen Pisser gehört. Boah! Boah! Chad, ich brech's jetzt an. Ich brech's jetzt an. Champions League. Ich brech's jetzt an. Champions League. Junge, Brian Lassme. Keke-top. Das ist Weltklasse. Das sind solche Macher. Das ist einfach stark. Das ist geiler Fußball. Entertainment-Faktor. Alles gegeben. Okay, ich möchte mich von der Aussage Champions League zurückziehen, weil das fliegt nur um die Ohren. Lass uns sagen, Top 7. Ich möchte mich davon distanzieren. Ich distanziere mich. Ich distanziere mich von der Champions League. Ich hab nichts gesagt. Ja, siehste? Besser ist das. Scheiße, scheiße, scheiße. Zu spät. Hätte ich doch bloß nichts gesagt. Hätte ich doch bloß meine Fresse gehalten. Ich hätte meine Fresse halten sollen. Pfeif bitte ab. Digga, es ist halt so geil. Die Leute jedes Mal. Pulski, wenn du selber spielst, es fallen immer mindestens fünf Tore. Bruder, das liegt nicht an mir. Das ist die Truppe. Das ist die Truppe. Das ist immer die Truppe. Wir schießen immer drei Tore und kriegen immer mindestens zwei. Was soll ich dir erzählen, Digga? So sitzt er halt. Oh, Bayern mit einem 2-2 in Hamburg. Junge, was zu machen, die ist schon wieder. Dortmund zieht halt komplett durch. Die juckt gar nichts. Also Bayern-Auswärtsspiele, das ist ein ganz krasses Experiment. Kurz den Hamburgern ein Pünktchen geschenkt. Gute Tordreferenz auch von Darmstadt minus 20, fühle ich. Ey, kannst du nichts sagen, Digga. 25 Punkte. Aktuell dritter. Gerade gegen Leverkusen gewonnen. Die waren vorher dritter. Haben wir fünf Siege am Stück gerade? Wir haben fünf Liga-Siege am Stück. Wann haben wir denn das letzte Mal verloren, Digga? Wann haben wir denn das letzte Mal verloren? Wir haben das letzte Mal im August verloren. Gegen Wolfsburg. Das ist die erste und einzige Niederlage dieses Jahr gewesen. Krass. Und jetzt geht es nach Beşikdaz. Jetzt geht es nach Beşikdaz. Team Team Bom Bom. Boah, das wird aber eine ganz eklige Woche. Ja, und das wird aber eine ganz eklige Woche. Erst in Beşikdaz, dann Bochum am Wochenende und Bayern im Pokal. Keke 78. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Ich müsste theoretisch mal, Chad, auch wenn das länger dauert, aber was meint ihr? Glaub, ich müsste mal das hier trainieren, dass der Ruhe und Efe bekommt, ne? Weil das kann er ja gar nicht. Der hat ja null Ruhe, null Efe. 51 Ruhe als Stürmer. 56 Efe ist ja grauenhaft. Beweglichkeit, Balance ist auch so eine Sache, aber der Mann ist halt ein Längs-City. Äh, Längs-Längs. Ihr wisst, was ich meine. Ich denke, also wenn ich davon, also wenn ich gegen die 1 kassiere, bin ich im Bruch. Das wäre frech. Chat ich schon Ojan mal. Ojan und Itakura werden mal geschont. Die sind Dauerbrenner bei uns. Ojan, Itakura, Schallenberg. Wir sind eh so gut wie durch. Da läuft eh alles über. Nein, ich wollte doch selber spielen. Oh, okay. Also denkt euch einfach hier die ganze Ceremonie mit, ne? Äh, ja. Denkt euch einfach alles. Wir spielen aussetzt in Beziktas. Rüdiger Rammel hat krass umgestellt. Ähm, das ist die Startformation. Skarake, Widovic. Hinspiel 5-3 gewonnen. Wir haben sieben Punkte. Wenn wir gewinnen, sind wir durch. Jetzt habt ihr alle Infos. Bei den Beziktas-Fans gab es Schlickerei im Block. Pyro. Ja, wir gehen rein. Und Tim Skarake spielt mal wieder. Boah, Muleka. Der Torschützer aus dem Windspiel. Der hat Brunner so eingeschult. Uh, Freistoß Beziktas. Oh, gefährlich. Salih Ujan mit dem 0-1 nach 4 Minuten. Traumstart Beziktas. Und Rüdiger Rammels. B11 mit Problem. Schalke mit defensiven Problem. Uedra Ogo auf Keketopp. Keketopp setzt sich durch. Keketopp. Und das ist überragend. Und das ist der Ausgleich. Überragend von Keketopp. Und ich weiß nicht, warum gerade jedes Mal die Jubel geskippt werden. Das ist ein bisschen bitter. Weil das eigentlich echt immer cool aussieht. Was ein Konter der Schalker. Asan Uedra Ogo auf Keketopp. Der macht sein fünftes Tor im fünften Spiel. Kriege ich das vielleicht weg, wenn ich ganz kurz einmal in die Simulation gehe. Und dann wieder rein. Das ist irgendwie voll komisch. Die linke Abwehrseite von Schalke hat noch keinen Führerschein. Aber er kann Fußball spielen. Larios. Im Konter. Jetzt gelingt dem Spanier mal was. Larios. Und er hat Tempo. Immer noch der junge Juan Larios. Wiedowitsch. Super Verlagerung von Uedra Ogo. Brunner. Kommt mit Zug die Flanke. Skarge hält den Ball scharf. Oh Brunner. Super Ball. Skarge wird den Fallrückzieher. Jilmaz. Nicht vorbei an Matricciani. Wow. Matricciani versucht zu tricksen. Und das geht ganz schön schief. Das geht ganz schön schief. Das geht ganz schön schief. Wolleka. Weil Matricciani ein Tänzchen machen will. Fehler Matricciani. Und dann spielt's. Beşik da super raus. Und rammelt zu rechtsauer. Oh super Ball. Neuer ist draußen. Oh Manuel Neuer. Super Parade. Der 39-Jährige. Kann's immer noch. Halbzeit zwei läuft. Die Schalker wechseln offensiv. Cedric Brunner geht raus. Und dafür kommt Philipp Tietz. Schalker spielen jetzt mit einer Doppelspitze. Und Larios. Jetzt hat er mal Platz. Der junge Spanier. Larios. Braucht Unterstützung. Kriegt sie durch Philipp Tietz. Tietz. Widowicz. Ausgleich. Überragend gespielt. Philipp Tietz. Gabriel Widowicz. Mr. Conference League. Die Leihgabe der Bayern mit einem wunderschönen Abschluss. In den Winkeln. Nix zu machen für den Keeper. Und Gabriel Widowicz hält den Schnitt. Ein Scorer pro Conference League Spiel. Tietz. Nimmt Larios mit. Larios. Super Chip Ball. Kick it up. Bleibt nicht dran. Uedra. Oh go. Riesenchance. Widowicz dazwischen. Kick it up. War das Abseits. Fahne bleibt unten. Kick it up. Kick it up. Versucht nochmal den Lupfer. Sehr stark von Redmond. Aber kommt nicht vorbei am Jungschröder. Meier auf Lassme. Und Lassme hat brutales Tempo. Brian Lassme. Lassme. Mit dem 3 zu 2. Und das ist Brian Lassme. Wie man ihn kennt. Zündet den Dieselmotor. V8. Der achte Gang ist eingelegt. 37. Karl Markkontor. Super Ball von Max Meier. Und Brian Lassme macht Miep Miep. Und die Auswärtsfans übernehmen jetzt das Beşiktaş Stadion. Beşiktaş muss jetzt kommen. Für die geht es um alles. Aber Schalke kann kontern. Und mit wem? Natürlich mit Lassme. Natürlich mit Lassme. Natürlich mit Lassme. Überragend. Brian Lassme. Deckel drauf. Schalke in der K.O. Phase. Es ist überragend. Dieser Brian Lassme. Wenn du den von der Bank bringen kannst. Das ist pure Qualität. Haut ihn rechts oben in den Winkel. Schalke bleibt überwinter-europäisch. Boah, Ida Kura. Was ein Ball. Uedra Ogo. Und jetzt ist hinten Wilder Westen. Jetzt ist Wilder Westen bei Beşiktaş. Lassme. Hedrick nach Einwechslung. Brian Lassme. 5-2. Fünf Tore Schalke wie im Hinspiel. Und Brian Lassme. Mit einem persönlichen Duell. Mit der linken Eckfahne. Und die leistet mehr Widerstand. Als die Abwehrspieler. Von Beşiktaş Istanbul. Brian Lassme. Mit dem Hedrick. In 10 Minuten. Unfassbar. Kommt rein. 82. 86. 90. Und schießt die Schalker im Alleingang. In die K.O.-Phase der Conference League. Und Brian Lassme holt sich den Ball. Das Beşiktaş Stadion pfeift. Die Türken damit zu 99%. Je nachdem wie Warschau spielt. Raus. Bassen spielen. Und da rede ich gern mit der Presse. Sure. Auch auf Englisch. Sure. Brian Lassme. Wie haben sie die Leistung gesehen? Sensational. Sensational Leistung. Ihrer Meinung nach gut gespielt. Wir waren besser. Was raten sie ihrem Gegner? Sie sind nicht auf unserem Niveau. Der Nachtritt. Der Nachtritt. Boah. Der Nachtritt. Ähm. Ja. Können wir eigentlich mehr oder weniger mit der ersten Elf ran. Bei Vidovic ist halt ein bisschen. Ja. Ich glaube auch. Uedra Ogo für Bayern aufsparen. Ansonsten passt es erstmal. Ansonsten passt es. Ja das ist. Musst du drei Punkte mitnehmen. Die sind da unten drin. Da musst du, wenn du international spielen willst, musst du da drei Punkte mitnehmen. Und Tempo machen. Und Tempo machen. Moda. Superball. Na. Na. Mal abseits. Oh. Wunderschön. Komm. Oh Jan und Jalla. Oh. Sieht nach dem 0-0 aus. Es sei denn Vidovic hat eine Idee. Hat eine Idee. Oh Jan. Also 0-0. Da kann ich gar nichts mit anfangen irgendwie. Da kann ich gar nichts mit anfangen. Und jetzt gibt es ein Pokalspiel gegen Bayern. Oh Scheiße. Und wir sind Trainer des Monats. Trainer des Monats November. Trainer des Monats. Guckt sich an. Vier Spiele, drei Sieger in Unentschieden. Ungeschlagene Serie in der Bundesliga. Von wie vielen Spielen? 10, 11, 12 oder? 11 Ligaspiele ungeschlagen. Bin zufrieden als Boroma. Ja. Musst du nehmen. Wir sind Fünfter. Oh. Bayern ist vor uns. Dortmund marschiert halt komplett durch. Das ist. Wenn die nicht Meister werden. Weiß ich auch nicht. Ja Digga. Boroma hat halt neun Punkte vor dem Spiel gehabt. Also Pokal wird jetzt halt. Das wird ein Akt. Mods macht eine Wette. Ich spiele auf Ultimativpokal. Boah. Das wird ekelhaft. Das wird ekelhaft. Und die spielen mit Arayn B. Und Musiala auf A6. So eine komische Truppe. Boah. Es gibt wieder ein episches Intro. Keke top, Junge. Das will ich heute von dir sehen, mein Freund. DFB-Pokal. Achtel Finale. Schalke 04 gegen den FC Bayern München. Die Bayern letztes Jahr nur auf Platz 6 die Saison beendet. Auf Platz 5. Ne. Platz 6. Ne. Ich war ja. Digga. Die waren auf jeden Fall nur in der Europa League. und müssen jetzt auswärts bei den Schalkern rein. Leutzugang. Bruno Fernandes. Auf den wird natürlich geschaut. Die Bayern. Super den Erwartungen hinterher. Es gibt Gründe, warum man Rüdiger Rammel schon letztes Jahr verpflichten wollte. Bei den Bayern läuft es nicht, wie man sich das vorstellt. Der Auswärtsblock, wir haben ihn gerade gesehen. Trotzdem picke, packe, voll. Man will keine titellose Saison zweimal hintereinander. Doch in der Bundesliga ist man 10 Punkte hinter den eigenen Erwartungen. 10 Punkte hinter dem Rivalen Borussia Dortmund. Und heute geht es auswärts zu den Königsblauen. Zum FC Schalke 04. DFB-Pokal-Achtelfinale. Rüdiger Rammel, der Erfolgstrainer, schickt folgendes Team im 3-4-2-1 aus Feld. Coppola, der junge Italiener, spielt für Timo Baumgartl. Das Mittelfeld, Schallenberg, Uedra Ogo, Thomas Orian, super in Form. Und natürlich auch Kicke, top. Die Bayern mit Delicht, Lautaro Martinez, Kingsley Coman, Matissell, Ika Muniain und Marcos Acuna auf der Bank. Da ist sehr viel Qualität. Alphonso Davies heute auf der ungewohnten Rechtsverteidigerposition. Kapitän ist Neuzugang, Bruno Fernandes. Beide Mannschaften sind bereit. Und dann gehen wir in 90 oder vielleicht auch 120 Minuten Fußball. Wer dieser beiden Giganten aus dem deutschen Fußball kommt ins Viertelfinale des DFB-Pokals? Bei wem werden wir in spätestens 120 Minuten sagen können, sind die Titelträume vorbei. Die Schalker in den drei Jahren unter Rüdiger Rammel zweimal im DFB-Pokalfinale gewesen. Aber was Zählbares konnte man bis jetzt noch nicht nach Hause nehmen. Generell noch keinen einzigen Titel für Rüdiger Rammel, auch in der zweiten Bundesliga. Gab's den nicht. Da musste man sich den Hamburgern geschlagen geben. Aber Rüdiger Rammel, Trainer des Monats, wir sehen hier. Und die Schalker beginnen mit einer Ballbesitzstaffette. Schallenberg. Boah, super gemacht von Aira Ebenbi. Der junge Innenverteidiger immer noch am Ball. Itakura, kein Elfmeter. Kontermöglichkeit Schalke. Mit Ferai und Kick in Top. Kick in Top. Alleine vor Sommer. Kick in Job. Und Jan Sommer. Überragend im 1 gegen 1. Oh, Marzen, das ist ein super Ball auf Otavio. Otavio. Müller ist draußen. Otavio legt in die Mitte. 0-1 Bayern. Die Bayern machen es eiskalt. Marzen mit einem super Ball auf Otavio. Müller kommt raus. Und Davis schaltet schneller. Als Matriciani. Bayern führt früh in diesem Pokalkracher. Interessanter Ballwechsel. Marzen. Technisch einwandfrei. Davis. Elfmeter. Und glatt rot. Cedric Brunner geht vom Platz. Und Elfmeter für die Bayern. Rüdiger Rommel fassungslos. Und jetzt Bruno Fernand. gegen Marius Müller. Bruno Fernand. Müller hält. Schalke bleibt im Spiel. Marius Müller. Der Pokaltorwart. Schalke in Unterzahl. Aber nicht geschlagen. Oh, Jan auf Top. Kick in Top. Überragend. Kick in Top. Und fast der Ausgleich. Vinovic. Drin. Abgefiffen. Das wäre ja Fußballgeschichte gewesen. Hätte Schalke jetzt hier im direkten Konter getroffen. Aber Kick in Top. Scheitert erneut. An Jan Sommer. Schallenberg. Keine Entlastung. Für die Schalker. Bruno Fernand. Wobei. An Matriciani. Davis. Itakura. Fernand. 2-0 Bayern. Und jetzt ist die Hypothek riesig. Bayern München. Mit all der individuellen Qualität. Die sie da vorne haben. Bruno Fernand. Kurz vor der Halbzeitpause. Das wird richtig interessant. Boah, Matriciani. Was ein Fehler. Müller ist draußen. Rettet vor dem 3-0. Und dann fällt es trotzdem. Was ein kurioses Tor. Was ein kurioser Treffer. Alphonso Davies. Nach dem Kopfball von Leimer. Und man hört nur noch die München-Fans in der Felddienst-Arena. Schalke wirkt geschlagen. Coppola. Super Tackling. Aber Bayern kriegt die zweiten Bälle. Ein nach dem anderen. Ottavio. Ottavio. Leichtfüßig. Leichtfüßig. 4-0. Zu null. Und wenn du eine Hoffnung hattest, dann ist es genau jetzt vorbei. Die zweiten Bälle landen alle bei München. Ottavio. Vorbei an Orian. Und der Bayern-Zug rollt schon wieder. Itakura jetzt mal dazwischen. Davies vorbei an Matriciani. Itakura zu spät. Nächster gelber Kartau. Und Bruno Fernandes. Elfmeter. Verschossen. Freistoß. Ist viel besser. Und fasst das 0-5. Unfassbar. Konter Schalke. Nürnberger. Brian Lassme. Hat Tempo. Kann er es durchziehen. Lassme. Lassme. Kein Anschlusstreffer. Oh Jan. Gegen den Landsmann der Licht. Keine Chance. Und einen Rückpass gibt es auch noch oben drauf. Das Spiel ist vorbei. Schalke 0-4. Verabschiedet sich als Vorjahresfinalist. Im 8. Finale mit 0-4. Aus dem DFB-Pokal. Und als Trümmerbruch oben drauf. Gibt es das gleiche Spiel hier in zwei Tagen nochmal. Digga. Habt gar keinen Bock mit der Presse zu reden. Darmstadt im Elfer schießen gegen Bayreuth weiter. Hoffenheim schmeißt Leipzig raus. Waldhof schmeißt Frankfurt raus. Boah. Fuck. Da hat es geknallt. Der andere. Digga. Sieg ist Sieg. Wir haben 4-0 verloren. Digga. Fapp mich mal nicht ab. Was ist für eine Scheiße. Was soll denn das? Tano Miele. Ha 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 ha. Schalke 0-4. Versteht ihr? Weil Schalke 0-4 gegen Bayern verloren hat. Kuss. Danke. Schalke wurde heute gedemütigt gegen den FC Bayern mit einem 0-4. Sogar die Medien sind sprachlos nach so einer Arbeitsverweigerung. Peter. Jürgen aus der Fanszene auf Schalke hat mir eben am Currywurststand erzählt, dass die Ultras keinen Bock mehr auf Rammel haben. Sehen wir die nächste Jagd um den Arena-Ring? Junge, chill doch mal. Jürgen. Jürgen. Reiß dich am Schlüpper. Nach der Pokalklatsche. Der des Feldes verwiesene Cedric Brunner kritisiert Rammel im Interview. Wir waren taktisch schlecht eingestellt. Alles klar, Cedric. Merke ich mir. Merke ich mir. Linus Richter ist wieder fit. Mann, Digga. Und jetzt zum Nachtritt nochmal Bayern. Oh. Nee. Nee, ich spiele nicht selber. Ich lasse mich jetzt hier einfach ficken. Ich lasse mich jetzt hier einfach ficken, Mann. Wir gehen rein. Manuel Neuer mit seinem Comeback gegen die Bayern. Sein erstes Spiel gegen Bayern München. Oh, bitte jetzt nicht wieder eine glattrote. Oha. Keke. Stark. Hätte ich doch bloß nichts gesagt. Hätte ich doch bloß meine Fresse gehalten. Naja, darauf ein Gegentor. Ganz stark, Wagnoman. Ganz stark. Digga Musiala und der ZDM-Sock drückt mir ein Tor. Cool. Nee, Wagnoman. Geil. Auch super gemacht. Toll. Toll. Direkt auf eine 6-4er-Bewertung hochgegangen. Verdient so gut, wie du spielst. Ja, komm, drück mir das Zweite. Drück mir das Zweite. F*** mich ins A-S-Loh. F***. F*** mich, Digga. F*** mich einfach. F*** mich hart. Ja? Ja? Oh! Keke! Das war geil gespielt. Keke. Top. Weil der Name im Programm ist. Keke kannst noch, Junge. Let's go, Digga. Komm schon. Lass mal. Oh, 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 oh. Matricciani. Matricciani! Auf erreicht, glaub's nicht! Matricciani! Mit der Vorlage Ich glaub's nicht Matricciani hat eine Vorlage Gegen Bayern Niemals 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 Und jetzt bitte Einfach das Ding Nach Hause bringen Einer hat sein Chat geschrieben Vidovic gegen den Ex-Verein Was? Digga, was passiert hier? Was passiert hier? Digga, Vidovic hat den Sonnen-Griddy gedrückt, glaub ich Scheiße Ja, ja, ja Mach was Pfeife ab Pfeife ab Denger, ich sag, Neuer ist zur Eckfahne gerannt Und hat den Olli Kahn gemacht Oh, shit Digga, aber warum haben wir im Pokal vier Stück von denen gekriegt? Naja, okay Wir sind auch schon sicher Gruppensieger, by the way Wir sind sicher Gruppensieger Egal, was passiert Weil wir haben gegen Warschau den direkten Vergleich Wir spielen jetzt nur noch gegen Randers Einfach fünf Spiele, 20 Tore Was sagt die Liga-Tabelle? Dritter Oh, ist der Dortmund gemacht, dass es nur noch acht Punkte sind? Gegen Gladbach verloren Gegen die einzig wahre Borussia Naja, ich werde jetzt aber komplett rotieren Ich mache komplette Rotation Ja, das ist halt unsere absolute C-Elf Aber, Digga Wir können hier 0-5 verlieren Wir sind sowieso Erster Ist alles egal So Rale darf jetzt endlich mal wieder was machen Als Käpt'n geht er sogar aufs Feld Jetzt bin ich gespannt, wie die C-Elf performt Also Offensive ist richtig Jugendforsch mit Richter-Werner Moda als C-Elf ist auch stark Der ist der Einzige, der nicht so richtig C-Elf ist Also Moda und Tietz sind so die Einzigen Richter eigentlich auch, weil verletzt Stark Schön gespielt Schade So, jetzt kommt die Ecke von Werner Kein Orian da Keiner für Orian und Yala da Aber wir machen halt legit ein richtig gutes Spiel Kannst du nichts sagen Und da ist es 1-0 Und es ist Moda Sehr schön Sehr, sehr schön Jakob Moda Let's go, Digga Let's go, Philipp Tietz, Junge Das ist ja Best-Case-Szenario Digga, das ist ja Best-Case-Szenario Du spielst mit der C-Elf Schonst alle deine Stammspieler Und gewinnt es trotzdem Und macht sogar ein gutes Spiel Also besser geht er wirklich nicht Geil Werder mit der Vorlage Und Ralle nicht zu 0 Ach Mann Oh Mann Ralle nicht zu 0 Ja, nehmen wir mit Also ganz ehrlich Für die absolute Rotations-Elf Sehr stabiler Auftritt Super souverän runtergespielt Vor allem Werner mit einer 7-2 Echt ein geiles Spiel gemacht Skarke als Wingback mit einer 7-5 Larios war auch wieder super Moda hat mal Spielzeit bekommen So alles super Also die Gruppe haben wir ja Das war ja Urlaub Ohne Spaß Die Gruppe war ja wirklich Urlaub 16 Punkte Oh, hat Bezic das nochmal gegen Warschau gewonnen? Tatsache Aber ist halt zu spät Wie ist so Euroleague ausgegangen? Oh, Bayern hat die Gruppe gewonnen 15 Punkte Fenner ist raus Bergamo alle Spiele gewonnen City auch alle Spiele gewonnen Aber gut, müssen sie auch in so einer Gruppe Wolfsburg geht als Zweiter durch Oh, Gladbach noch rausgeflogen Gladbach in der Euroleague Lazio und Real gehen durch Manio Atletico gehen durch Sehr spannende Gruppe hier übrigens Leipzig und Liverpool gehen durch PSG in der Euroleague Ajax gewinnt die Gruppe Krass Oh, guck mal Lasst mal hier Gruppenerster Das tut wem Und dann hinten raus Bisschen der Tank leer gegangen Müssen wir eigentlich gewinnen Die sind kacke Ich mach mal ne Schnelle Ich vertrau dem Team Ich mach mal ne Schnelle Let's go, Digga Lasme Moda und Aoyan Digga, Moda Wieder am Start, oder was? Oh, die haben ne glattrote gekriegt ZK Nach 34 Minuten Glattroten Karton gezündet So Können wir mal ein paar Sechser scouten 12 Tage Weil da müsste man Vor dem 1. Januar ein Angebot machen Weil sonst kann ich die nur Ablöse frei holen Morten Frendrup Vielleicht wäre das Ein guter Sechser-Backup Heinen von Sassuolo Wird halt gerne mal Außerhalb der Bundesliga Was verpflichten Batista Mendy Von Angers So Zuhause gegen Köln Vorletztes Spiel In der Hinrunde Gibt eigentlich aktuell Nicht viel zu ändern Moda hat jetzt Ein Tor gemacht Den lasse ich mal zocken Für Schallenberg Gib ich ihm mal ne Pause Wagt nur mal ne für Brunner Aber Ich bin aktuell Wirklich Also Absolute Traum Traumhinrunde Männer Ich hab gesagt Traumhinrunde Traumhinrunde Heißt nicht Wir liegen nach 4 Minuten 0-1 gegen Köln Hinten Da habt ihr irgendwas Falsch verstanden Männer Da habt ihr irgendwas Ganz ganz krass Falsch verstanden Irgendwie sowas Aber es ist echt krass Das ist halt alles Gleichzeitig abgeschalten Wird Keke auf Vidovic Ausgleich Let's go Let's go Vidovic Wird ganz ganz Self fest verpflichtet Wir müssen dafür halt In die Euroleague kommen Aktuell sind wir sogar Eher auf Champions League Kurs Was natürlich geil ist Aber Tag nicht vor dem Abendloben Tabelle ist halt auch Eng zusammen Kann alles passieren Das krass ist Was man halt bei Keke Unterschätzung Der macht so viele Vorlagen Der hat jetzt gerade schon Wieder die Vorlage gemacht Keke wird genauso Wie letztes Jahr Wieder am Ende 10 plus 10 plus Scoren Also mehr als 10 Tore Mehr als 10 Vorlagen Das ist so krass Let's go Und da ist Keke top Keke top Freunde Keke Top Meine Damen Und Herren Mach Mach Wie er im Buche steht Digger Wieder zwei Scorer Eingesammelt Und da Die spielen die ganze Zeit Mit so einem verletzten Stürmer Wie krass kann man Karma kassieren? Wie krass kann man Karma kassieren? Digger Was ist das denn für ein Instant Karma gewesen? Ich hab es nicht mehr ausgesprochen Es hat nicht mal meine Lippen verlassen Das Wort Digger Und Brunner rein Widovic Oh Schön Chat Darf ich Schallenberg direkt wieder auswechseln dafür? Darf ich es machen? Digga Es tut mir leid Aber manchmal muss ich als Trainer durchgreifen Es war so scheiße Digga Tut mir leid Aber manchmal muss ich als Trainer durchgreifen Junge war das bodenlos Digga Wir hätten fast noch wegen dem verloren Wir hätten fast noch wegen dem verloren Und Bochum holt einen Punkt gegen Leipzig Wahnsinn Boah Und jetzt gibt es nochmal einen richtigen Showdown Am Ende der Hinrunde Zweiter gegen Digga Dortmund fängt an zu choken Was passiert hier? Dortmund hat gegen Wolfsburg verloren Wir sind fünf Punkte hinterm ersten Ich sag es nicht Ich sag es nicht Chat Ich sag es nicht Ich sag es nicht Wir wollen in die Euroleague Ey Ich muss mit Fährmann verlängern Das Problem ist Marius Müller kann ich nicht verlängern Das bugt rum Da müssen wir das so machen Dass wir den als freien Spieler Einfach direkt wiederholen Das bugt halt rum Aber wir können ihn auch gehen lassen Keine Ahnung Aber Chat Wir verlängern mit einer Vereinslegende Ralf Fährmann Ich sag euch ehrlich Spielertrainer Halb dritter Torwart Halb Trainer Und guck mal Du verhandelst mit Ralf Fährmann Das erste was du siehst Ist Kuchen Mach 5 Jahre ins Vertrag Mach 5 Jahre ins Vertrag Ey Was soll das? Was für keine Verlängerung Was soll das? Ein Jahr Ja besser Freigabesumme gibt es nicht Gehalt würde ich ein bisschen runter gehen Bro Ich sag dir ehrlich Ähm Ja Also du bist halt Ne Also was soll ich dir erzählen 4000 Wollen wir schon ein bisschen kürzen 6,3 und Einstiegsbonus Lass uns 6 glatt machen Mein Freund Also so krasse Leistung Bringst du nicht mehr Aber hol dir so eine schöne Daytona Rolex Hol dir eine Rolex Ist doch schön Eine schöne Rolex Eine Rolex Nimm Nimm Komm Ralf Fährmann Du bist eine Schalker Legende Ralf Fährmann Bleibt bis 2027 Here we go Fährmann 2027 Ich find Larios Macht's echt stabil Also in den paar Spielen Die der gemacht hat Guck mal hier Conference League 4 Spiele Durchschnittliche 743 Bewertung Bei Larios Sag ich euch ehrlich Jett Überlege ich Ob ich den am Ende der Saison kaufe Ey Ich find den echt ganz stabil Aber du hast noch Maja Bro Er entwickelt sich ja gar nicht Mach ich Maja zu Geld Keke Top ist jetzt übrigens unser wertvollster Spieler Vor Aujan Vidovic musst du ziehen Ab dem 1.1. kann es buggen Ja ey Wir machen es ganz einfach so Weil ich möchte mich ja an die Klausel halten Und Ähm Wenn Äh Wie heißt es Guck mal das Gute ist Wo ist er Wenn bei Vidovic das mit der Laie nicht klappt Wenn das buggt Wir haben 11,5 Millionen Kaufoptionen Ich weiß ehrlicherweise nicht Warum das hier nicht steht Dann ziehen wir einfach Die Freigabesumme für 13,9 Und ziehen dann 2 Millionen bei den Schulden ab Dass wir es plus minus 0 haben Wenn es da rum buggt Ist ja easy Ist ja gar kein Problem Boah Jett Das wird Das Wird Ah 10 Millionen ist Kaufoption Jaja gut Dann ziehen wir 3,9 ab Also Jett Wenn wir das Jetzt gewinnen Wenn wir das Jetzt Gewinnen Boah Holy Das Wär Krass Sag es nicht Ich sag gar nichts Ich sag gar nichts Mein Freund Richtig 3-0 noch schnell Eigentor machen Ehrlich Geil Geil Schade Du dummer Idiot Ferai Du dummer Idiot Mann Scheiß Imposter Scheiß Dortmundsau Ich brenne es jetzt aus Du bist ne Dortmundsau Du machst 3 gute Spiele Wenn es drauf ankommt Denkst du daran wo du in der Jugend gespielt hast Scheiß Dortmundsau So jetzt hab ich es gesagt Jetzt hab ich es gesagt Dortmundsau Der hat schon ein Ticket gebucht für den Bausichtplatz Schön Meisterschaft feiern Mann Digga In der gegnerischen Hälfte Sich ne glattrote abzuholen Also das ist so grenzdebil Das hab ich wirklich lange nicht mehr gesehen Also das ist so bescheuert man Mein Gott wie dumm Ja toll 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 Dankeschön Jack ich steh auf Klöpfe Ferai Dankeschön Dankeschön Ferai Die Torhymne ist für dich Genieß es Genieß es Für zu Ferai Bitte Bitte Cheats Nein Abseits Mann es wäre so wichtig hier was mitzunehmen Chat Ey nimm es mir nicht übel Das ist ein ganz ganz wichtiges Spiel Aber ich will Ojan nicht Ey wenn der Ojan sich jetzt irgendwas reißt Weil er keine Fitness mehr hat Und die Hälfte der Rückrunde ausfällt Ist es RIP Ganz im Ernst Dann verliere ich lieber das Spiel jetzt Aber ich will jetzt nicht die ganze Rückrunde auf Ojan verzichten Weil ich hier falschen Ehrgeiz hab Digga du bringst dich mit einem Spiel um eine absolute Traumhinrunde Die Hinrunde ist ein kompletter feuchter Traum gewesen Es waren zwei Spiele die gebrochen haben Pokal gegen die Bayern Irgendwie 0-4 verloren wegen der Roten Und das Spiel Beides mal wegen dem Platzverweis Mann 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 Alter Das dämlich alles Aber vielleicht ist es jetzt umgekehrte Psychologie Chat Wenn man 2-0 gegen Gladbach gewinnt Spielt man eine David Wagner Rückrunde Wenn man 2-0 verliert Spielt man eine Baba Rückrunde Digga Tim Skarke Halt deine ver***te Fresse Alter Was willst du hier spielen man Drei Profispiele in den letzten fünf Jahren gemacht Und dann will der auf einmal Dass ich dich beim zweiten rein rotiere Junge Rotier dir mal lieber ein Ding Und komm klar Alter Was willst du von mir Ja Das ist die Tabelle nach der Hinrunde Freunde Wir sind in den Champions League Plätzen Aber das Also es täuscht halt Weil es wirklich eng ist Muss man sagen Gibt halt vier Punkte auf die sechs Fünf Punkte auf die sieben Guck mal Hoffenheim erst ein Spiel verloren Die sind halt solche unentschieden Könige Aber Chad Also mit Pokal Sag ich euch ehrlich Also eigentlich musst du sagen Das ist entweder eine 9 von 10 Oder vielleicht sogar eine 10 von 10 Hinrunde Guck mal wir sind Durch die Conference League Gruppe Als Erster Konnten sogar im letzten Spiel Die C-Elf rotieren Wir sind Tabellen Dritter In unserem dritten Jahr In der ersten Liga Was völlig verrückt ist Und wir sind halt im Pokal zu Hause Gegen die Bayern geflogen Also War also Chad Ich sag's euch Das war eine 10 von 10 Hinrunde Kannst du sagen was du willst Ja oh mein Gott Wir sind im Pokal Gegen die Bayern geflogen Aber Bruder Wir haben zwei Punkte Schnitt In der Liga Guck dich das mal an Keke Top Guck dich das mal an Der ist halt so underrated Weil Ihr nicht auf die Vorlagen achtet Ihr seht halt Zehn Tore in 17 Spielen Und das hört sich erstmal Ganz gut an Aber der ist halt So ein krasser Mitspielender Stürmer Der hat letzte Saison 11-11 gescored glaube ich Oder 11-10 Der ist jetzt schon wieder Bei 10-7 Das ist so krass Nach 17 Spielen 17 Scorer nach 17 Spielen Krank Ja ja völlig gestört Der spielt auch so eine richtige Kodomoani Saison Ja okay Ramos spielt halt auch eine Geisteskranke Hinrunde 15 Tore nach der Hinrunde Gonçalo Ramos Bei Gladbach Renato Sanchez Und Castellanos mit 10 Beziehungsweise 12 Hütten Krank Lassen wir auch schon wieder Mit 7 Dingern Bei Bayern einfach Lorente bester Torschütze Jugendspieler will weg Halil Yilmaz Nein Unser türkisches Top Talent Halil Yilmaz Kriegt einen Profi Vertrag Freunde 69er Rating Wird für die Rückrunde Verliehen Halil Yilmaz Hat einen Profi Vertrag Freunde Wird verliehen Der Mann Und ich will mir auch Mal ein Leihangebot Für Werner Und für Richter Und für Richter reinholen Weil die kriegen halt Gar keine Spielzeit Aktuell Und Richter hat halt Die Verletzung Voll rausgeworfen Bei den einen Von denen ist eigentlich Der Vertrag Ausgelaufen Wir müssen mal gucken Aber wir brauchen Auf jeden Fall Für die Rückrunde Ehm Einen neuen Sechser Weil wir ja Nürnberger abgeben Die werden hier halt Noch gescoutet Da müssen wir mal Ein bisschen schauen Da könnt ihr auch gerne Transfervorschläge In die Kommentare Reinschreiben Bei YouTube Freunde Schreibt gerne rein Ähm Vielleicht ist ja hier Einer Interessant von denen Die wir scouten Auf der Sechs Aber ihr könnt auch gerne Vorsträge reinschreiben Ich würde halt ganz gerne Mal einen Spieler verpflichten Der nicht Einen Bundesliga Backup hat Äh Background hat Wirklich sehr viel Bundesliga-Stuff verpflichtet Freunde Wenn ihr das YouTube-Video Hier seht Es war wieder ein Absurdes XXL-Best-Of Lasst ein Like da Ähm Der nächste Karrierestream Ist am Sonntag Wie immer Also da auf jeden Fall Vorbeischauen Wenn ihr neu seid Gerne ein Like da Lassen Gerne ein Abo da lassen Ich würde mich freuen Ähm Sehr geil hier Der Karrierestupport Also Dankeschön Fürs Einschalten Macht's gut Ciao Ciao Bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.